Die Linke ist und bleibt auf jeden Fall eine 100 Prozent solidarische Partei, eine 100 Prozent Gerechtigkeitspartei und eine 100 Prozent Friedenspartei, liebe Genossinnen und Genossen. Was wollen wir mit dem Programm eigentlich? Wollen wir mit dem Programm eine Pflicht erfüllen, die uns das Parteiengesetz auferlegt? Wollen wir mit dem Programm an der vordersten Front der Wissenschaft mitmischen, und theoretische Durchbrüche erzielen? Oder wollen wir Grundsatzfragen, die die Linken seit Marx immer wieder diskutieren, neu formulieren, beantworten oder verwerfen? Oder wollen wir mit dem Programm eine Diskussion anstoßen, die unsere Gesellschaft grundsätzlich verändert, liebe Genossinnen und Genossen? Ich meine ja, das ist unsere Aufgabe. Natürlich freue ich mich auch immer wieder, wenn ich anregende wissenschaftliche Publikationen lese. Doch ein Grundsatzprogramm meiner Partei ist weder eine Dissertation noch eine Habilitationsschrift, sondern dieses Programm soll ein Handbuch sein. Mit Handbuch meine ich allerdings nicht den Umfang, sondern den Charakter des Programms, nämlich die Handhabbarkeit. Und wir wissen alle, dass wir mit dem Wissen unserer Parteimitglieder ganze Enzyklopäden füllen könnten und sogar Wikipedia übertreffen könnten. Doch wir müssen nicht alles aufschreiben, was wir wissen. Und wenn wir jetzt eine neue Gesellschaft entwerfen, dann ist das wie ein Hausbau. Da muss man sich nicht schon vor der Grundsteinlegung darüber streiten, wo dann später im Korridor der Schlüsselhaken angebracht werden soll. Und ich finde, es ist auch eine schwierige Kunst, die wir anstreben sollten, die richtigen Antworten zur richtigen Zeit zu geben. Bei unserem Programm, liebe Genossinnen und Genossen, geht es um mehr als um eine Selbstverständigung innerhalb unserer Partei. Es geht um die Erreichung ganz konkreter gesellschaftlicher Ziele mit ganz konkreten Mitteln. Und diese Ziele erreichen wir nur, wenn wir unsere Programmdiskussion nicht als interne begreifen, sondern wenn wir mit vielen Menschen außerhalb unserer Partei ins Gespräch kommen, mit Menschen, die nach Antworten suchen oder schon Antworten gefunden haben. Und darum möchte ich euch alle herzlich bitten, sollten wir uns nicht gegenseitig mit unseren Theoriegebäuden erschlagen. Wir müssen mit diesem Programm möglichst viele Menschen für eine bessere, für eine andere Gesellschaft begeistern. Das ist unsere Aufgabe, liebe Genossinnen und Genossen. Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, Menschen für Politik zu begeistern. Und daher würde ich mich schon freuen, wenn es viele Menschen gibt, die unser Programm einfach einleuchtend finden. Das Wort einleuchtend ist treffend, weil es einen notwendigen Erkenntnisprozess beschreibt. Die Menschen lesen unser Programm und finden es einleuchtend, weil sie unsere Analyse und unsere Forderungen mit ihren persönlichen Erfahrungen verbinden können. Und wenn die Leser diese Erleuchtung nicht haben, dann müssen wir unser Programm korrigieren. Und wenn wir zum Beispiel die Menschen seitenlang mit politökonomischen Theorien traktieren, dann kommt der Leser vielleicht gar nicht zu der Stelle, wo die Frage diskutiert wird, die einen ganz persönlich bewegt. Und manches in unserem Programmentwurf erinnert mich ein bisschen an Goethes Faust. Goethe wollte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Auch wir als Linke wollen wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Doch viele Menschen gehen ganz anders an ihre Probleme heran. Sie sagen, ja, die Krise des Kapitalismus, das ist mir zu abstrakt. Ich will wissen, was aus meinem Arbeitsplatz wird. Ich will wissen, ob ich das Studium meines Kindes finanzieren kann, ob ich schnell einen Termin beim Augenarzt bekomme oder ob ich ein halbes Jahr warten muss. Wir wissen, dass Faust nie erfahren hat, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wir wissen nur, dass er völlig unfähig war, auch nur eine normale Beziehung zu einer Frau zu gestalten. Und wenn wir nicht wie Faust als beziehungsunfähige Menschen scheitern wollen, dann müssen wir uns mehr in das tagtägliche Leben der Menschen hineindenken. Und ich finde, die wichtigste Frage, die wir an unseren Programmentwurf stellen, heißt, wie wollen wir leben? Genau diese Frage stellt sich jeder Mensch mehrmals im Leben und er muss sie auch mehrmals entscheiden. Und wenn wir diese Frage ernst nehmen, dann kann unser Programm eine echte Lebenshilfe für viele Menschen sein. Und darum müssen wir die Frage, wie wollen wir leben, in den Mittelpunkt unseres Programms stellen und unserer Debatte. Wie wollen wir leben? Die Menschen wollen ein angstfreies Leben. Das heißt, sie wollen in Frieden leben, sie wollen ihre Grundbedürfnisse befriedigen können und sie wollen frei von Krankheiten sein. Wir analysieren unsere Welt und unsere Gesellschaft und stellen fest, Krieg und Gewalt werden noch immer als Mittel der Politik praktiziert, in Demokratien und in Diktaturen akzeptiert. Und in Deutschland werden massenhaft Waffen für diese Kriege entwickelt, gebaut und exportiert. Das macht vielen Menschen Angst und darum müssen wir dagegen kämpfen. In dieser Welt können viele Menschen ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen. Sie haben kein sauberes Wasser, kein giftfreies Essen und kein Dach über dem Kopf. Und auch hier in Deutschland gibt es immer mehr Menschen, vor allem Kinder, die in Nahrung leben müssen und nicht ihre Grundbedürfnisse befriedigen können. Das macht vielen Menschen Angst. Und viele haben auch nicht das Geld für Medikamente, die sie brauchen, um sich vor den einfachsten Krankheiten zu schützen. In Deutschland gibt es immer mehr, die fürchten, dass sie eines Tages die Medikamente nicht bezahlen können und keine angemessene ärztliche Betreuung erhalten. Die Linke ist die einzige Partei, die aufzeigt, dass die Gesellschaft, in der wir leben, täglich Angst produziert. Diese Angstproduktion ist ein Lebenselixier dieser Gesellschaft, in der wir gezwungen sind zu leben. Augenscheinlich ist Angst notwendig, um den Kapitalismus am Laufen zu halten. Und nicht nur prekär Beschäftigte, auch die Ingenieure bei Daimler, die auf Kurzarbeit gesetzt wurden, hatten in der Finanzkrise Angst um ihre Arbeitsplätze. Und Hartz IV ist eine permanente Bedrohung gegen alle lohnabhängig Beschäftigten. Allein die Vorstellung, von Hartz IV leben zu müssen, ist für viele Menschen genauso beängstigend, wie wirklich mit Hartz IV leben zu müssen. Und wer nicht spurt in dieser Gesellschaft, wer Mitbestimmung einfordert oder sogar für sein Recht streiten will, der landet schnell in Hartz IV. Der wird ausgegrenzt. Der gehört nicht mehr in diese Gesellschaft. Und in Deutschland gibt es seit der Schröder-Fischer-Regierung den größten Niedriglohnsektor Europas. Deutschland ist Weltmeister an prekärer Beschäftigung. Welche Schande! Und wer glaubt, dass er mit den prekär Beschäftigten nichts zu tun hat, weil er einen guten Job bei Siemens oder im öffentlichen Dienst hat, der täuscht sich. Und wir müssen in unserem Programm, glaube ich, noch deutlicher machen, dass prekäre Beschäftigung über diese prekären Verhältnisse hinausragen, die Gesellschaft insgesamt verändern und zu prekären Umgangsformen führen. Zu Hass, zu Diskriminierung, zu Ausgrenzung und Gewalt. Wir als Linke, wir können den Menschen nicht den Himmel auf Erden versprechen. Das glaubt uns auch keiner. Aber wir können sagen, dass wir eine Gesellschaft wollen, in der jeder, ob Frau, Mann, Kind, Rentner, Hiergeborener oder Migrant, Angst verleben kann. Ist das zu viel verlangt, liebe Genossinnen und Genossen? Wer will da widersprechen? Nein, so eine Gesellschaft ist machbar. Es gibt viele Menschen in unserem Land, die ihre Ängste zwar in den Griff bekommen, aber von der zunehmenden Kulturlosigkeit in dieser Gesellschaft einfach abgestoßen werden. Die Menschen wollen kulturvoll leben. Was geht Ihnen in den Köpfen von Rentnern und Schülern vor, die gegen Stuttgart 21 protestiert haben und von Wasserwerfern beschossen und von Polizisten in den Würge genommen wurden? Ein betroffener Schüler sagt in einem Mikrofon, Hallo, wo leben wir denn? Diese Frage ist berechtigt. Es geht gar nicht um immer nur mehr Demokratieabbau. Es geht auch um unsere Alltagskultur, wie wir miteinander umgehen. Und es ist doch ein Akt der Kulturlosigkeit, zum Beispiel wie diese Bundesregierung mit dem Bundestag umgeht. Selbst der Bundestagspräsident Lammert war entsetzt, wie die herrschenden Parteien mit dem Parlament umspringen. Das war kulturlos. Und das ist das Niveau einer Bananenrepublik, und in der wollen wir aber nicht leben, liebe Genossinnen und Genossen. Und es ist doch ein Akt der Kulturlosigkeit, wie herablassend und selbstherrlich der RWE-Vorstandsvorsitzende Grossmann mit der Bundesregierung umspringt, als ob die vier Stromkonzerne Besatzungsmächte in unserem Land wären. Das ist einer Demokratie unwürdig. Und es ist doch ein Akt der Kulturlosigkeit, dass in diesem Land erlaubt ist, Menschen nach 30-jähriger Beschäftigung einfach auf die Straße zu setzen, weil sie Maultaschen, die für den Mülleimer gedacht waren, mit nach Hause nehmen, um sie zu essen. Müssten nicht eigentlich die bestraft werden, die Lebensmittel vernichten, statt sie Bedürftigen zu überlassen. Das ist doch kulturlos. Das ist menschenverachtlich. Und es ist doch ein Akt der Kulturlosigkeit, wenn Kommunen gezwungen werden, Bibliotheken, Theater und Konzerthäuser zu schließen, weil diese Bundesregierung lieber alle maroden Banken als ein einziges Kindertheater retten will. Und es ist ein Akt größter Kulturlosigkeit, dass junge Menschen von der Bundesregierung in einen Krieg geschickt werden, um auf unschuldige Menschen zu schießen. Wie sollen diese Soldaten in unserer Gesellschaft jemals wieder angstfrei und kulturvoll leben können? Wie kann ein Staat, der sich Rechtsstaat nennt und sich auf Menschenrechte beruft, so viel Unrecht über Menschen in andere Länder bringen, liebe Genossinnen und Genossen? Die Linke kann den Menschen nicht den Himmel auf Erden versprechen. Das glaubt uns sowieso keiner. Wir können aber sagen, dass wir eine Gesellschaft wollen, in der die Würde aller Menschen geachtet wird, egal wie arm oder reich sie sind, und dass ein kulturelles Niveau festgeschrieben werden muss, das nicht unterschritten werden darf. Und in einer solchen Gesellschaft würden Menschen wie Sarrazin und Seehofer mit ihren Thesen nicht mit medialer Aufmerksamkeit belohnt, sondern nur mit Verachtung bestraft werden. Ist ein kulturvolles Leben zu viel verlangt? Wer will da widersprechen? Nein, ich denke, so eine Gesellschaft ist machbar. Aber selbst ein kulturvolles und angstfreies Leben reicht mir nicht. Ich will auch, dass möglichst viele Menschen glücklich leben. In der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika, die am 4. Juli 1776 verabschiedet wurde, in der Declaration of Independence, wurde sogar das Streben nach dem Glück festgeschrieben. The pursuit of happiness. Bemerkenswert ist allerdings, zahlreiche Studien zeigen, dass gerade in den USA die Wahrscheinlichkeit, glücklich zu werden, geringer ist als in anderen Ländern. Und in dem Buch von Wilkinson und Pickett »Gleichheit ist Glück, warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind«, finden wir unsere Programmthesen wissenschaftlich belegt. Ist es nicht bemerkenswert, dass die Lebenserwartung eines Neugeborenen in Griechenland höher ist als in den USA, obwohl in den USA durchschnittlich pro Kopf wesentlich, aber eben nur durchschnittlich, wesentlich mehr Geld für Gesundheit ausgegeben wird als in Griechenland? Die Autoren dieses Buches weisen nach, dass in Staaten, in denen gesellschaftliche Unterschiede so gravierend sind wie zum Beispiel in den USA, alle Bürger, alle letztendlich schlechtere Voraussetzungen haben, glücklich zu werden, als in Gesellschaften wie zum Beispiel Finnland oder Schweden, in denen die sozialen Unterschiede wesentlich geringer sind. Die Linke kann den Menschen nicht den Himmel auf Erden versprechen. Das glaubt uns sowieso keiner. Aber wir können sagen, dass wir eine Gesellschaft wollen, in der nicht Ungleichheit, sondern mehr Gleichheit produziert wird. Ist das etwas zu viel verlangt, liebe Genossinnen und Genossen? Ich finde, dass wir die Frage, wie wir leben wollen, sehr einleuchtend für viele Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen beantworten müssen. Ich sprach vor kurzem mit einem Ingenieur, verheiratet, zwei Kinder, katholisch, er arbeitet in einem chemischen Betrieb und verdient gutes Geld. Sein Problem ist, dass er durch und durch Grüne denkt, aber für ein energieintensives Unternehmen arbeitet, welches seine grüne Lebensweise konterkariert. Dieser Konflikt lässt immer noch ein kulturvolles Leben zu, ein ausgewogenes, glückliches, aber nur schwer. Die Hoffnung, die nun viele Menschen mit den Grünen verbinden, ist, dass sie das Unmögliche möglich machen, die Versöhnung von Kapitalismus und Natur. Wir als Linke können diese Verheißung nicht verkünden, weil wir wissen, dass Kapitalismus Verwertung von Kapitaler zwingt und Raubbau an der Natur einschließt. Und das wollen wir nicht. Besonders heftig wird in der Programmdebatte in vielen Gruppierungen unserer Partei die Frage der Verstaatlichung von Unternehmen diskutiert. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir öffentliche Unternehmen, die für ein Appel und ein Ei privatisiert wurden, wieder in öffentliche umwandeln wollen, wie zum Beispiel die monopolistischen Stromerzeuger. Und natürlich müssen Banken, natürlich müssen Banken, die sich als Casino verstehen, geschlossen oder verstaatlicht werden. Ich finde, die Frage der Verstaatlichung ist untrennbar verbunden mit der Frage der Demokratisierung der Gesellschaft. Wir wollen in unserer Gesellschaft keine demokratiefreien Zonen zulassen. Und es geht nicht es geht nicht nur um die Demokratisierung der Verteilung, sondern auch um die Demokratisierung der Produktion. Und das ist ein sehr schwieriger Prozess, liebe Genossinnen und Genossen. Und darüber müssen wir sehr genau diskutieren. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf den Ingenieur zurückkommen, der als Bürger und als Privatmann grün lebt, aber als Arbeitnehmer Umweltsünder ist. Wie löst er die Widersprüche, wenn er selber über die Art seiner Produktion entscheiden müsste? Würde er sich für das Allgemeine entscheiden oder für seine direkte Lebensgrundlage? Und vor diesem Widerspruch, liebe Genossinnen und Genossen, stehen Millionen Menschen in unserem Land, die zum Beispiel in der Rüstung, in der Automobil, in der Atom-, in der Kohle und in der chemischen Industrie arbeiten. Und wir müssen darauf achten, dass wir diese Frage sorgfältig diskutieren und dass wir erkennen, wie wir mit diesen Menschen reden können, ihnen Angebote machen können und sie nicht Besserwischeres lehren, liebe Genossinnen und Genossen. Unser Programm, liebe Genossinnen und Genossen, könnte noch mehr Wirkung entfalten, wenn die Menschen nachvollziehen könnten, wie wir unsere Ziele erreichen wollen. Ich glaube, dazu müssen wir unsere eigene Kultur und Lebensweise besser verstehen. Viele fragen sich vielleicht, ich mich auch, warum sind eigentlich so viele Menschen fußballbegeistert? Die Erklärung ist ganz einfach. Menschen lieben klare, nachvollziehbare, überschaubare Regeln. Das vermittelt Sicherheit. Und die Fans, die Fans sind besonders empört, wenn der Schiedsrichter gegen diese Regeln verstößt. Das kennt ihr alle selber, zumindest die Fußballfans unter euch. Und das ist aber ganz anders als im wahren Leben. Und die Politikverdrossenheit ergibt sich unter anderem dadurch, dass der Staat als Schiedsrichter nicht unparteiisch ist. Spekulanten, die Banken in den Ruin treiben, bekommen keine rote Karte, sondern können unbehelligt weiterspielen. Arbeitnehmer, die ihr Handy im Büro aufladen, werden fristlos gefeuert. Und kein einziger Bankenvorstand hat bisher durch eine Verdachtskündigung seinen Job verloren. Das nenne ich Zweiklassenrecht. Liebe Genossinnen und Genossen, diese unterschiedliche und willkürliche Anwendung der Regeln empfiehlen viele Menschen als ungerecht. Ein erster Schritt zu mehr Gerechtigkeit und mehr Demokratie muss also darin bestehen, dass für alle Menschen in unserem Land die gleichen Regeln gelten, egal ob sie arm, reich, Mann, Frau sind, egal ob sie hier geboren sind oder zugewandert. Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir bereits im Ansatz sozialistische Verhältnisse. Und dann, und das ist die entscheidende Frage, dann sind die Menschen auch bereit, über Regelveränderungen mit uns zu reden. Denn die Linke, machen wir uns doch nichts vor, die Linke macht vielen Menschen noch Angst, weil sie mit uns Regellosigkeit und sogar Gewalt und Anarchie verbinden. Und diese Angst wird von einigen Medien mit Begeisterung geschürt. Wir müssen also beweisen, dass sozialistische Transformationsprozesse mit klaren Regeln verbunden sind, die auch durch das Grundgesetz gedeckt sind. Anders werden wir die Menschen für unsere Ziele nicht gewinnen können. Man kann das nun gut oder schlecht finden, aber die Menschen sind häufig bereit, schlechte Regeln zu akzeptieren, als neue Regeln, die sie nicht verstehen, zu erproben. Und viele unserer Ziele werden ja unterstützt, aber die Menschen trauen uns nicht zu, sie umzusetzen. Und über dieses fehlende Vertrauen müssen wir, glaube ich, sehr intensiv nachdenken. Es hängt, glaube ich, damit zusammen, dass unsere Ansätze nicht immer als machbar wahrgenommen werden. Sozialistische Ansätze, liebe Genossinnen und Genossen, müssen immer sozialer, ökologischer und demokratischer sein als das, was Menschen in der Gesellschaft vorfinden. Wenn wir es schaffen, wenn wir es schaffen, eine offene, demokratische und kulturvolle Partei zu sein, dann werden wir attraktiver für die Menschen, die mit Unbehagen feststellen, dass diese Gesellschaft durch die herrschende Politik immer weniger offen, immer weniger demokratisch und immer kulturloser wird. Das wäre eine große Gefahr für die neoliberalen Parteien in unserem Land, die nichts mehr fürchten als eine Partei, die offen, ehrlich, demokratisch und kulturvoll ist. Und darum sage ich auch, wer unser Programm liest, der muss Freiheit einatmen und nicht misstrauen. Und wir müssen aufpassen, dass unser Programm nicht in einer Weise genutzt wird, dass sich alle gegen alles absichern wollen, weil sie sich gegenseitig nicht über den Weg trauen. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass jede Genossin und jeder Genosse, der in Koalitionsverhandlungen eintritt, dem Buchstaben und dem Geist des Programmes folgen wird. Wer aber meint, dass er in einem Programm, das zehn Jahre Gültigkeit haben soll, alle Lebenslagen, alle Krisen, alle Verwerfungen schon jetzt regeln kann, der unterschätzt die Eigendynamik der Politik. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und mir die Grundsatzprogramme von SPD und Grünen angeschaut. Und ich habe im SPD-Grundsatzprogramm von 2007 nach folgenden Begriffen gesucht. Finanzkrise, Niedriglohnsektor, Fehler, Spekulanten, Kinderarmut. Immer Null Treffer. Die SPD hätte ein Jahr später mit der globalen Finanzkrise ihr Grundsatzprogramm entsorgen müssen. Nur ist das nicht mein Problem. Und auch in den 171 Seiten langen Grundsatzprogrammen der Grünen vom Jahr 2002 kommen die Stichworte Kapitalismus und Finanzkrise jeweils einmal vor. Man könnte meinen, die Grünen haben ihren Frieden mit dem Kapitalismus geschlossen. Das scheint ja auch so zu sein. Und ohne Frage, und ohne Frage ist unser Programmentwurf jetzt schon besser als die Programme von SPD und Grünen zusammen. Das heißt jedoch nicht, dass wir unseren eigenen Programmentwurf nicht noch besser machen könnten. Wir sollten uns also heute darauf einigen, dass die erste Stufe der Programmediskussion, die interne Diskussion, beendet ist. Und jetzt die zweite Stufe, die öffentliche Diskussion, beginnt. Damit, wie Marx gesagt hat, die Theorie zur materiellen Gewalt wird. Und um nicht so klischeemäßig mit Marx zu enden, will ich noch einmal auf Faust verweisen, der abweichend von der Bibel sagte, am Anfang war die Tat. Lasst uns also die Programmediskussion mit ganz praktischer, politischer Arbeit verbinden. Übrigens, Goethes Faust ist das meistzitierte Werk der deutschen Literatur. Und ich wünsche mir, dass wir im nächsten Jahr das meistzitierte Programm beschließen werden, weil es für viele Menschen so einleuchtend und überzeugend ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.